wir nehmen den punkt ein wenn wir uns reinstellen ich feier da rein ich wollte gerade erschießen auf einmal aber er geht nicht hin geht er weg und da sind tausende tausende komplett blind ich habe mit welcher taste macht man denn noch mal das zwei bein weg mit g macht man es zwei bein weg ich nehme schon auf ich lege mich an die straße runter das ziehen wir darauf raketensperrfeuer das sind so viele macht euch bereit ich würde da mal ein stück hin zurückgehen wenn dahinter noch jemand lebt dann weiß ich auch nicht ich möchte jetzt nicht gerade in deren haus stecken ach du scheiße da kommt wirklich noch mehr ich glaube da kommt noch mehr ich glaube ich glaube wir können jetzt ich hatte keine munition mehr bin tot aber du wärst wahrscheinlich sowieso gestorben wenn du gerade zwei leute kamen geschlossen hier ist die küste das tut mir echt leid alles gut ich glaube hier irgendwo noch sind im g liegen du hattest eh keine munition mehr hast du gesagt ne ich hatte keine munition mehr ich hatte keine munition mehr Trostsmoke! 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 warum schmockst du jetzt hier alles zu? damit wir da überhaupt hinkommen etwas schmockst du denn rechts im bus ist einer ich weiß jetzt ich weiß jetzt noch mal noch mal so eine oder war die gut war die gut ich bin tot du kannst du einfach nicht vorrücken das sind so viele ist unmöglich ich muss ja beobachter spielen sonst können wir die bomben nicht mehr anfordern das ist natürlich kacke da faktiker draußen sind überall leute oh mein gott nicht dahin gehen was passiert hier was überlebt hat das ist krank würde wir rücken weiter vor oder die werden ja übertrieben weggebombt die typen da direkt über die links als ob ich keinen normalen kanad werden meine waffe packen kann ja konnte ich irgendwie auch nicht nur nebel in die fresse kommt gar nicht mehr durch die menschen kommt wirklich nicht mehr durch das ist einfach nur noch krank jungen ich kämpfe wirklich mein scheiß leben du hast ihn zum ersten zuerst nicht gesehen das hat man so gemerkt ich habe einfach nur die richtung geschossen gleich gibt mir die munition das richtige oder zwei lebt noch der wie lebt in der typ noch ja 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 das ist mir so gruselig gerade digga mann das gibt es doch nicht ich höre das ist wirklich das andere kriegsgebiet alter drei leute und ein bot ging ich hab 63 kills gemacht ich glaube ihr hattet mal ein video wenn sie gemacht aber nicht zwei zu dritt mit dem schloretto in meiner wenigkeit ja hallo und herzlich willkommen zur allerersten runde von insurgency und ja ich will gar nicht so viel reden es geht um punkt a wir müssen einnehmen das wird viel geballert wir haben einige gegner einen eigenen server und dementsprechend würde ich sagen werdet ihr gleich hören was hier auf uns herab regnet denn das werden nicht nur sein das wird vermutlich der tod sein mal gucken wie lange wir überlegen ob es überhaupt schaffen ich hatte gerade so viel angst und gehen in mir stand ich habe kurz die hosen gekackt glaube ich ich versuche jetzt erstmal einzeln ja ja wir müssen es nur reinlaufen aber trotzdem wir müssen erstmal die punkte sich ja dann erstmal gegen die botze zu halten nein ich kann euch nicht vorstellen wie viele leute hier um das haus sitzen einiges ich sitze auch um das haus rum leichenschinder das ist passiert das ist passiert die sache hier war noch eine alter junge laut ja wollt ihr schon mal weiter vor rücken wieder ja eigentlich würde ich da wieder raketensperrfeuer drauf wenn man ja können wir ja gleich machen aber ihr müsst ja erstmal nach da vorne ich brauche erstmal kurz eine andere waffe ja weil ich rausgesucht habe es nicht so nice das wird ein test ob es tatsächlich was bringt wenn ich in der hocke sitze oder ob es besser ist wenn ich weil stehen ist mit dem mg wirklich eine katastrophe ja klar das liegen ist wirklich am allerbesten knien ist so lala das ist das ist ich dachte neben mir schlagen immer noch schuss ein das war ich ganz vorhin ganz vorhin ich gehe mal ich gehe mal hier in den gang das war die falsche dass so gut schulden im Himmel und sieben um die Stiftung da geht's los wo kommt denn das überhaupt kommt ja noch gar nix du siehst die rauchspuren relativ schnell ich glaube die schließen erst alle und da kommt wieder das ist ein kranmer das ist ein kranmer oh man hat er ist ein kranmer die team schaust wurde auf mich zurückgebracht aber es ist okay da Der Typ hat es auf jeden Fall erwischt. Nein, er hat es überlebt. Ja, jetzt ist er los. Ja, was passiert hier? Wir müssen B rein, Laura, komm. Ich schmeiße Nate B rein. Ja, okay. Und dann rein und rein. Vor mir, vor mir direkt. Was? Aber wir haben es zeitlich nicht geschafft, glaube ich. Oh, scheiße. Es ist abgelaufen. Ich glaube, wir dürfen dann den Feuerschlag nicht hinballern. Nimm übertrieben viel Zeit weg. Ah, Baby. Ja, ich muss tatsächlich mal ein anderes MG mit Dings nehmen, weil sonst, äh, ja. Ah, diesmal waren es auch nur 5 Kills. Hey, ich bin in das Haus gelaufen, da lagen einfach 5 Leute. Ey, das ist abnormal. Ich wähle jetzt auch was anderes. Feuerschlag bringt es nicht so. Oh, Freunde, jetzt gehts los. Ich bin noch nicht dabei, Augenblick. Ich auch noch nicht. Mann. Wie mache ich das Visier? Ja. Also. Mit rechts, äh, ne. Mausrat klicken. Jetzt kann ich euch ja absichern, weil jetzt habe ich wirklich ein Stundending. Okay, nice. Hier hat irgendwer seine Gasmaske hängen lassen. Ja, Lauri hat seine Gasmaske vergessen. Wie immer. Verstanden. Hey, jetzt muss ich kurz warten, bis ich die Waffen erfüllen darf. Danke, Game. Jetzt auch mal da. Okay, das Haus ist in Richtung. Ich habe nur Sicht auf die ersten drei Fenster und den oberen Stock unten. Alles, was unten an der Mauer passiert, habe ich keine Sicht drauf. Die Mauer habe ich ein bisschen. Ich geh rein. Ich bedurfte noch einen erleben, den ich nicht erwischt habe. Hey! Hör mich auf den Wasser! Runde hier im Raum! Okay! Hör mich auf den Penny. Hier kommt seitlich einiges. Du musst verteidigen. Ach du Scheiße, weil keiner von uns gestorben ist. Ach du Scheiße. J어우 das sind zu viele! Joa. Vorne. 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 Hier. Lägen. Da. Ja. Wie lange. letzte box so viele wert hier eigentlich ist man die hinter dir ist einer du willst wirklich nicht wissen was in diesem haus hier passiert ist da kommen noch 23 oh mein gott da unten ist die gehen zurück schweine muss bei das haus unten reinigen liegen so viele leichen ist das mg feuer laut weg leander nimm doch die dicke das match ist vorbei wir kriegen eine andere map so stimmt ja und tode land hat nur eine map eingestellt jetzt sind wir security jetzt müssen wir angreifen angreifen auch wieder glaube ich oder müssen wir verteidigen keine ahnung das namen einnehmen aber von der anderen seite ok lasst es mal taktisch klug spielen ich scharf schütze ich glaube dass also wirklich eine kleine eingreiftruppe ein zwei leute und dann halt jemand der es von außen irgendwie versucht okay das ist nico scharfschütze laurie was machen wir dann 800 jahre weit weg von euch ich habe angst als sprengtechniker rein alle ready nein als sprengtechniker ja kannst du das auto weg springen wenn es kommt ok wer hat ready gedrückt ich aus versehen das habe ich erst jetzt habe ich schon gedrückt einmal mit profis ich kann trotzdem meine kiste auffüllen kann sich ja schon mal eine position suchen eine position ja das ist hier nicht so oh mein gott also wir müssen jetzt viel reden miteinander ok ich lege mich hin ich zur straße durch geschossen ich stehe hinter dir laurie nico macht das laurie lass das vorrücken ist er ging nur zwei schüsse daneben ich muss einmal kurz ein magazin nachladen am blick das hier sieht halbwegs gut egal die straße ich werde das drin oben ist drin ok man den leider willst du jedes was wirklich ich kann mich hier hinlegen ja im geschenk also hast du die nico nein ich habe ihn glaube ich natürlich das ist mal runterlaufen hier und links ja und links wie sehe ich nicht und sollte ich mir das kurz nach und um und direkt auf mich kommt runter ich habe es verkackt ich gehe langsam vor oben sind noch mal wieder zwei wir müssen rein ok wir müssen hier hier oben sind 50 der treppe kommen zu viele halt rein halt einfach nur noch ein hinter die laurie ich finde ich stecke dich hin von hinten wir müssen hier weg glaube wir müssen nach hier vorne da steht noch einer um die ecke muss auch nachladen hinter uns hinter uns hinter uns ich kümmere mich ich kümmere mich hinten treppe ist noch einer da ich bin unten drin und treffe kann nichts mehr hochkommen wir müssen zu b wir müssen erstmal auf a überleben ich bin auch voll irgendwie hat wieder seine gasmaske hängen lassen ok das saftet ja richtig junge straße ziemlich viel an der straße das ist die vorhöhle junge das ist wirklich die vorhöhle alter ist das krank neulasse gerade nachgeladen während du geschossen hast das war saftig ich würde vielleicht nachladen ich habe drei schüsse verschossen und nico ist richtig im schwarm modus hinter die rechts das ist so zerstören hast du irgendwas da kam hinter dir noch einer hinter dir oh die ist zurückgekommen das ist ein mg by the way ne ja aber bringt mir ja wenig oh mein gott ist das krank was hier abgeht ist das krank was hier abgeht das ist ein kopfschüsse ich habe nicht mal auf den kopf gezielt ja du hast gerade mit der pistole nur Headshots gemacht achso ja das stimmt ich habe 43 Kills ok seid ihr ready wir machen das an sich nochmal so das gleiche nochmal warte mal wo ist lauri ah da hinten ähm weil es an sich nicht schlecht war glaube ich aber wir sind ich glaube wir müssen A wir müssen zu A rein dann A richtig halten und dann auf einmal rauspushen und durchlaufen einfach versuchen zu ich muss halt auf A erstmal eine gescheite Position finden um rauszuschießen ok dann lauri lass den erstmal alles klar ich muss nachladen um rechts zu welche die sind weg ja jetzt oder hinter das auto hinter die mauer hier habe ich hast du denn im g auf voll auf einem vollen magazin lauri damit wir rein können noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht ok ich lade auch kurz nach komm zu euch ich kann von dem Berg aus kann ich mehr beschießen ja ja komm zu uns im g ist voll wir können rein ok let's go geht zur treppe lauri ich bin ich bin ich bin bei der treppe bei dem ding das kann es eigentlich durchlaufen promised ich habe oder ich komme jetzt ich halte die treppe hier einer ist hinter euch rein das war seine ober schenkel die müsste einnehmen dann schaffen wir das nicht ich glaube jetzt aus und richtig viele wirklich war nicht recht so was ja und da richtig ordentlich also zumindest hat sich ja recht ich hab doch gesagt ich muss ja kurz eine neue waffe machen weil das mg ist quatsch im haus ist einfach nichts tatsächlich ja ich muss auch mal gucken ich habe spielten mit der ich schneller schießen kann die nicht schießt einfach acht kilometer weit weg fliegt jetzt kann ich ja jetzt erst noch mal ich habe haben wir hier eine kiste ich habe keine ahnung hier hinten warte kann es ja schon mal anfangen für uns zu töten oder für uns zu sterben und er verbrennt ja ich bin da ist ja schon mal eine große motivation hier einzusteigen in unser team läuft noch nach vorne brennt erstmal der eine er kriegt die headshot ich gehe ich noch mal diesen deutschen t glaube ich oder die waffe die nico hat ist sehr 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 geil hat er schafft er hat mich noch gemerkt und links werden wir noch beschossen ja ich möchte steht hinter der mauer aber ich kann nicht auf den schießweg vorab er gibt alter einiges so an unserem kopf bei ihm zu stellen von links kommt noch ziemlich viele ich brauche immer noch gar nicht im herrschen 4 so ich habe ich habe ich habe 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 Was passiert hier? Okay, ich geh jetzt rein. Ja, wir sind noch nicht mehr einfach raus, ne? Wer verkehrt das Auto? Das war vielleicht ich. Na, Alter. Da ist noch einer in der Ecke gewesen. Ja, 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 hab's gesehen. Ich glaube, geh mal weg. Nicht unten stehen. Ja, hau rein. Ja, hau rein. Ja, hau rein. Ja, hau rein. Nice. Okay, erstmal ins Einverhalten. Oh, Laura, sorry. Oh mein Gott, der Bot und ich wurden weggesprengt. Bist du schon wieder tot? Ja. Oh mein Gott, der unten steht mal zu euch ins Haus. Ich bin tot. Scheiße. Wir sind runter, konnte noch einer. Ich hab, wie Gott, ein bisschen gefühlt wie Jack. Okay. Oh shit, Junge. Haha, du bist so krank. Also Scharfschutz springt gehen einfach mal gar nicht. Ja, Scharfschutz ist, glaub ich, Quatsch. Ich glaub, das müssen wir ohne Scharfschutz machen. Ah, nicht die. Ich glaub rein und bin weg. Oder einfach... Ich spawne und werde einfach weggesprengt. Oh, mit der dicken M-Fields oder was? Oh boy, ein neuer Versuch, Junge. Ja, lass mal auf Nico warten, aber ich will grad sagen. Der Bot geht sowieso sterben. Guck mal, mal gucken, wie lange der überlebt. Okay, ich lass mal gucken. Du müsste mal wirklich zugucken. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er wurde schon getroffen. Aber er lebt. Okay. Tschau. Nach ihm werden wieder 300 Mollys geschmissen, glaub ich. Er wurde tot. Er ist tot. Und ein Flash wurde auch noch vermogen. Oh mein Gott, Nico ist grad so geplatzt. Junge, Alter, ich hab grad noch gehört. Alter. Und dann dachte ich schon so, herr, ich drehe mich um. Nee, brumm. Dann kippe ich ein. Ihr seid beide tot. Ja, wir sind beide von der Granate gestrungen. Junge, ich schieße nur eine Rakete, laufgekürz. Kippe ich über den. Kippe ich über den. Kippe. Jungs aus der Entfernung, der ist gut. Junge, jetzt geh mal da rein und clear das mal an einer. Bin dabei. Der ist noch nicht tot. Der ist tot. Doch, der ist tot. Ja, Digga, das sind einfach zu viele, Junge. Das sind einfach zu viel, du kannst da nix mehr machen. Das ist so crazy, was da passiert. Ich hab drei Kills gemacht. Die Runde ist schon wieder vorbei. Oh mein Gott, okay, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Wir haben jetzt fast 45 Minuten. Ich würd sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch weiter aufnehmen. Wir haben es nicht einmal zu Punkt C geschafft. Alles klar. Wir haben es nicht einmal zu Punkt B geschafft. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ich schon.